So, ich pflücke mal die ganzen Orangen. Das Zeuge ist nämlich gut gewachsen hier bei uns. Okay, ich baue hier wieder mal den schönen stein ab. Sehr gut, also das Berry Bush Stem, Berry Bush Stem. Orange Fruit, achso, Berry Bush und Orange Fruit. Dann machen wir die Orange dahin und die Berries pflanzen wir dahin. Jetzt haben wir schon bald wirklich eine kleine Farm da. Das ist doch super. Das ist doch gut. Haut ab, ihr Kackfühl. Und du Wolken, verpiss dich, verpiss dich. Nein, geh weg, geh weg. Mama. Oh, hier ist wieder so ein Lied an der Stein. Hör damit, hör damit. Lila Stein. Stein, komm zu Mama. Lila Stein. Ich habe jetzt um unser Haus rum auch mal drei goldene Bäume gepflanzt. Da haben wir uns dann überall glitzen und sehen schon von weit, wo wir wohnen. Okay. Das bestimmt noch ganz paar. Kann man noch nicht mal nach Hause? Ah, packen, 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 packen. So, und was kann man jetzt mit diesen Münzen machen? Das ist auch eine gute Frage. Welke? Kackwolke. Au, 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 au. Katastrophe. Große Katastrophe. Große Katastrophe. Dann komme ich wieder nach Hause. bist du ich verstecke ich bin hierbei fackeln und hier ist eine werkbank und die böse wolke die böse böse wolke diesen kackvögel ich bin gefangen ich bin gefangen glaube ich glaube ich glaube ich schneller stelle kackvögel kackvögel und wow wolke wolke ich habe wieder mein schönes inventar gelehrt sonst alles das was zum ziegenmelden bitte hilf mir hilf mir hilf mir hilf mir bei welcher Treppe denn ich bin mal in so einem verglitzer baum hier da habe ich schon lauf schneller die Hälfte nicht nur in der Lüsterbäume ich war mir nur in die hoch wie ich glaube ich glaube ich glaube ich möchte ich mich nicht mehr in die hälfte so dass sie es auch ist er sind jetzt hier reichen sie haben nur noch ein halbes herz ist nicht hier ein bisschen feilvogel ein gekostet gewohnt werden der jahre so ich komme schon hier rein die Tür zu die noch zu sie probieren warum das ist ein bisschen was zu basteln was man aus diesem Krieg soll machen kann und sonst wird mal ich hab 13 13 so Liga Kacksteine rein was ist das kräftige Ohr also das Krieg soll kann man wohl nix machen oder und am Prozium habe ich auch wieder gesammelt 15 Stück um Fehlern habe ich sechs Stück so ich wollte noch Krieg soll noch behalten vor dem Akkuchen für irgendein Bett machen können Niesel war es sowohl mit mehr Kurscheid so geht es nicht die Masse ich bin mir kuschelt nein es ist nicht nur es ist nicht mehr ich will ich will nur wissen Krimi Teil der Uhr was hast du denn alles wo hast du viel Zenit Zernit was denkst du dass ich Eier schaukelt da unten oder was natürlich sie mich hinstellen und Eier produzieren nein aus Eisdorn kann man auch nix machen also es ist blöd wenn man halt keine Rezepte im Kopf hat oder was man mit was machen kann Federn Moment mal mit Federn müsste man doch eigentlich was herstellen können aber was Kissen eigentlich oder sonst was das geht nicht das geht auch nicht m allzu macht ihr mal aus dem Warte aus dem Warten Warten Worte Warte zack 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 wow cooler Helm der überdeckt ist zwar meine schöne Krone aber es trotzdem schick scheiß drauf tot schick tot schick auf jeden Fall würde ich auch sagen tot schick tot schick tot schick tot schick seht denn das aus gott kochst denn du ja guck mal wie ich aussie jetzt muss man hoch gucken ja wie schick denn du aus ja ich seh aus wie ich aussie dann mach ich mich über mein äußeres lustig hei hei Heiliger. Oh, ich krieg schon Fauchschmerzen. Sanit, äh. Ich hab echt keine Ahnung, wie wir im Ofen basteln. Du bist nicht König Kelturio. Schau's einfach mal an. Sondern Lord Lila. Hey. Oh, mein Rücken tut schon weh. So. Oh, der Vogel. Die Öfen. Es gibt dem Ela einmal den Enchanter, womit ihr eure Waffentools wieder repariert, sehr nützlich, wenn man keine Lust, stundenlang gravitiert. Mit dem Enchanter kann man meins jetzt nachgrantieren. Du cheatest, du liest nach. Ja, ich will jetzt wissen, wie man, wir haben doch die Rezepte nicht im Kopf. Gibt's irgendwie Ela-Rezepte oder sowas? Minecraft-Crafting-Rezepte vom Ela. Da haben wir's doch. Oder? Nee, das ist, wer weiß was und keiner weiß anscheinend was. Verdammt. Mein Crafting-Table. Muss man die Pflanzen da draußen vielleicht bewässern oder sowas? Crafting-Table. Ach, hier habe ich jetzt was. Oh, das ist gut. Torch. Das ist ein Sattel, aha. Da braucht man ein Läd. Was ist das? Enchanter. Oh, Incubator. Da mache ich gleich mal einen Enchanter und einen Incubator. Und was wäre das? Moment, da brauchen wir Zenit. Und eine Fackel habe ich auch schon so. Und dann mache ich jetzt hier mal, ringsrum macht man Stein und in die Mitte macht man einen Zenit. Ah, und guck mal, da haben wir schon ein Altar. Ich komme rein. Dann tue ich mal hierhin stellen. Bei mir macht's wieder wabbelisch. Da, guck mal. Da haben wir schon ein Altar. Ich weiß nicht, für was man den braucht. Willst du mich wohl heiraten? Nein. Hey. Was? So was sagt man nicht zu seiner Freundin. Nicht jetzt. Hier im Spiel, meine ich. Glaubst du, Hack, doch. Der Vogel will jetzt, dass wir heiraten. Der Vogel hat es gesagt. Vor allem der Vogel. Ach, und hier haben wir was zum Brennen. Ein Incubator ist das. Mann, du Kack-Vogel, hau ab jetzt. Klatscht, saubergewaltig hier. Ich mache Horst aus dir. So, und Gravitide-Ohr, glaube ich, muss man einschmelzen. Sieht fast so aus. Was brauchen wir denn hier noch? Irgendwie brennt der Ofen nicht. Wieso nicht? Vielleicht Kohle reinmachen. Habe ich schon drin. Ach, vielleicht darf man nicht das. Vielleicht muss man eine Fackel unten rein tun. Das funktioniert nicht. Moment, ich tue mal eine Fackel unten rein. Nee. Komisch. Vielleicht kannst du es auch nicht brennen. Was denn sonst? Incubator Inc. Soll du Ölsäcke rein tun, oder was? Mach halt, mach. Ich habe keine Ölsäcke. Was soll man denn sonst zum Brennen nehmen? Moment, ich schaue noch mal auf der Wikiseite nach. Du hast keine Ölsäcke. Incubator, schaue ich mal. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Du hast keine Ölsäcke. Incubator? Wow, 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 wow. Wie viele Vögel. Wie viele Vögel. Incubators are used to hatch more eggs. Was? Was, du brauchst Eier? More eggs. Incubators can be crafted by more eggs. Was ist das, more eggs? Keine Ahnung. Ach, diese blue, a black and a white more eggs. Ach, das sind diese Vögel, die tun Eier verlieren. Echt? Und da kann man irgendwie die Viecher dann brüten, so wie ich das sehe. Echt? Mit einer Fackel und einem Ei, ja. Du meinst braten, nicht brüten. Ich weiß es nicht. Hast du irgendwie so ein so ein so ein so ein Vogelei schon gefunden? Ne, ne? Nö. Ich auch nicht. So, was gibt es noch für Rezepte? Ja, das ist alles klar. Gravitide ist, glaube ich, das Stärkste, was wir gefunden haben und was du gefunden hast. Dart-Shooter. Ich bin schon wieder vergiftet. Wir können ja auch einen Shooter basteln. Shooter. Moment. Der geht so irgendwie. Funktioniert nicht. Also, ich finde hier keine Eier. 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 Wir sind ja keine Eier. Brauchen Eier. Brauchen mehr Eier. Wow. Vögelein. Vögelein, komm. Ich hab die. Da steht doch so da, dass man den so macht. Hallo, Vogel. Hallo, Vogel. Skyroot Plank und Golden Ember. Das ist ein Golden Ember. Golden Ember ist ein Item that can be obtained from a golden oak tree. Aha. If the player cuts a lock with an axe made from Sanit. Ah, da siehst du's. Was? Äh, diese goldenen Bäume, die kann man nur mit einer Sanit-Axt oder besser fällen. Okay. Und was kommt da raus im Endeffekt? So, goldenes Zeug irgendwie. Da mach ich immer eine. Das ist gut. Goldenes Zeug. Goldenes Zeug. So, ich hab mal eine Sanit-Axt gemacht. Moment, vielleicht sollte ich nicht das wertvolle Zeug mitnehmen, da alles. Nee, ich soll das nicht unbedingt. Meine Maus hängt die ganze Zeit. So, da geh ich. Ah, hier, guck mal, hier ist ja schon ein Baum gewachsen. Jetzt baue ich den mal hier mit einer Sanit-Axt ab. Ah, guck, da kommt das Zeug raus. Cool. Das sieht schön aus. Jetzt lass uns auch unterheiraten. Nein, wir brauchen einen Vogel. Ich reiß den Baum ab. Hey, du Schwein. Jetzt hab ich dich nicht mehr lieb. Nein. Ja, dafür sollte ich der Vogel angrünen. Kannst du mal aufpassen, dass hier kein Viech um mich rum der Zeit kommt, weil der Baum ist ziemlich hoch hier. Ja, warte kurz. Ich muss mir erstmal ein Schwert machen. Ich habe doch keine Zeit. Ich habe doch keine Zeit. Den ganzen Tag Zeit. No. Um mich zu unterstützen hier. Nein. Doch, doch. Nein. Doch, doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Jetzt lass uns. Jetzt bin ich beleidigt. Ja. Jetzt haben wir den mehr lieb. Lass die Erde wieder ab. und alles aufsammeln hier. So, das ist doch schön. Da können wir hier gleich noch so einen Baum entstellen. Schaufel. Habe ich was vergessen? So eine Axt könnte ich mir auch mal machen. Eine Axt. Zumindest eine Stein-Axt. Schon besser als nichts. So, jetzt baue ich mal sowas. Achtung. Was baust du jetzt? Oh, ich habe sogar einen goldenen Apfel bekommen. Oh, mir ist das. Ich glaube, die sind sehr gute Nahrung. Aber die sollte man sich aufheben. Das sagst du jetzt nur, weil du mir nichts abgeben wirst. Richtig. Tja, das war mir vollkommen klar. War ein Scherz. Skyroot Lock. Ach, das ist normales Holz, was aus dem Baum rausfällt. Warum schwebt da oben eine Insel rum? Boah, wie viele Kackvögel sind denn hier? So, jetzt mache ich einfach mal sowas. Ah, ich habe einen golden Dart Shooter. Wie funktioniert der? Ach, ich habe jetzt einen Dart Pfeil. Da, für dich habe ich auch einen gemacht. Ich bin hier oben bei den Vögeln. Falls ich sterbe, ich versuche Eier zu holen. Okay. Tschüss. So, was haben wir da? Ach, da mit den ganzen Bäumen. Aber ich bin hier unten. Äh. 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 Ich gebe dir mal was, da. Ähm, das hat jetzt Ambrosium Schad verloren. Okay. Der Vogel. Okay. Ja. Da, guck mal, was ich für dich habe. Was? Was das? Ein, ein Dart. Sauberstab. Ein Dart Pfeil Shooter. Aber ich weiß noch nicht, wie man den benutzt, was man da braucht. Blasrohr. Kannst du durchblasen und die Wolke abschießen. Moment, ich schaue mal, ob da was steht, wie man diesen Dart Shooter, Dart Shooters, da steht. Dart Shooters are the primary long-range weapons in the other and are used to shoot powerful darts that are not affected by gravity. The default Dart Shooter is crafted by using one golden bla bla bla. The poison Dart Shooter is crafted by adding an Acher Petal. Haben wir nicht. Und wie macht man Darts? Gute Frage. Ah, das goldene Zeug. Dann Stock und die Federn. Ah. Moment, ich mache uns mal ein paar Dart Pfeile. Da brauchen wir das goldene Zeug. Dann Haufen Stickies. Und jetzt wissen wir, wozu die Federn nützlich sind hier. Warum die so viele Federn verlieren. Deshalb also. Für was? Für die Darts? Damit man sich daran Pfeile machen kann. Hahaha.